Sie sind mir so lieb und teuer, wie Sie es Ihrer Mutter und Ihrem Vater waren. Ich habe geschworen, ich würde Sie immer beschützen. Und das habe ich nicht. Der Bürgermeister feuert ihn im Frühjahr. Tatsächlich. Er ist doch ein Held. Ein Kriegsheld. Aber wir haben Frieden. Glauben Sie, das kann so weitergehen? Ein Sturm zieht auf, Mr. Wayne. Sie und Ihre Freunde sollten sich lieber vorbereiten. Denn wenn er losbricht, werden Sie sich alle fragen, wie Sie je so maßlos leben konnten, während Sie uns anderen so wenig lassen. Wenn Gotham zerstört ist, hast du meine Erlaubnis zu sterben. Sie sind die 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 Erlaubnis zu sterben. Untertitelung des ZDF, 2020